Bei einem Schnappschuss von Sophia Tomala macht Barbara Schöneberger große Augen und hinterlässt einen bissigen Kommentar. Dieser Seitenhieb bleibt nicht unbemerkt. Barbara Schöneberger verspottet Sophia Tomalas sexy Look. Sie zählt zu den rätseligsten und unterhaltsamsten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Jetzt erregt Barbara Schöneberger, 49, auch abseits der TV-Kameras. Aufsehen! Bei Instagram hält sich die Kult-Blondine bekanntlich zurück, begibt sich nur ungern in digitale Schlagabtausche. Als sie jedoch ein neues Foto von Sophia Tomala, 33, entdeckt, hält Barbara mit ihrer Meinung nicht länger hinterm Berg. Auf ihrem Profil teilte die Are You The One, Moderatorin, ein Foto von sich in einem aufreizenden Outfit. Sophia, die sich zu dem Zeitpunkt auf Koh Samui befand, trägt einen schwarzen Body mit großen Cut-outs und einen quietschroten Mini-Rock. Dazu kombiniert die Blondine ein paar roter Heels. Der Look ist ein echter Hingucker, der ihre durchtrainierte Traumfigur perfekt in Szene setzt. Bodyshaming-Angriff auf Barbara Schöneberger Für Barbara Schöneberger ist das Outfit jedoch offenbar viel zu freizügig. Hämisch kommentiert sie. Ich dreh durch. Den roten Gürtel brauche ich auch. Dass das rote Stück Stoff als Rock durchgeht, will die Verstehen-Sie-Spaß, Moderatorin offenbar nicht wahrhaben. Für ihre abfällige Bemerkung. Die augenscheinlich nicht jeder zum Lachen findet, erhält Barbara direkt Gegenwind. Brauchst du nicht? Der passt besser zu Sophia, entgegnet ein Mann in der Kommentarspalte. Während zahlreiche Nutzer Barbara Schöneberger lob für den Geg. Zusprechen, wissen sich ihre Kritiker offenbar nicht anders zu helfen, als mit Beleidigungen zu reagieren. Ach Mensch Barbara, neidisch, dass du sowas nicht tragen kannst, schießt beispielsweise eine Nutzerin zurück. Sehr traurig.